Komm mal zu mir, bitte. So. Okay, was müssen wir jetzt machen? Ich muss jetzt hier irgendwo hoch. Nee, ne? Ach ja. Okay, ich muss hier, warte. Aber. Wohin musst du denn? Oh. Ich muss hier hoch. Ach ja, warte. Oh, vollidiot. Warte. Hey, guck mal, das ist voller geile Bug. Geh mal weg da. Weil wir müssen hier jetzt das Lichtdings machen. Das heißt, du musst dein Portal da oben... Genau. Warte, ja. Warte, soll ich jetzt springen? Warte, jetzt springen du? Hui. Merci. Merci beaucoup. Boah. Krass. Ich hab dich da gerade aufgefangen, oder was? Ja, echt mal. Sonst hätte ich einen Abgang gemacht, wahrscheinlich. Ja. Du weißt. Oh, Mann, dann fange ich dich erst mal ohne. Denke so, fuck. Wenn er jetzt springt, und dann... Kenne ich dich so nicht, weiß ich es gar nicht. Das kennst du noch. Echt? Oh. Doch, wir haben schon mal weiter gespielt. Wir haben nur die Party, glaube ich, nicht mehr gespielt. Wir haben weiter hinten erst angefangen. Laut meiner... Äh, ähm... Ja, ja, du kennst es auch nicht, aber weiter hinten kennst du wieder. Was? Ja. Ich glaube schon. Warte mal. Du musst mir hier... Ähm... Musst mir... Warte mal. Wie warst du? Warte, was müssen wir jetzt machen? Äh... Ach, warte. Du musst dich da jetzt irgendwie vor... Du musst mir da unten eins hin machen. Wies. Ach so. Einen Strahl. Genau. Ähm, nein, so. Jetzt komm ich hier rüber. Und dann musst du mir da einen Strahl hin machen. Hehehe, ein Strahlgesang. Äh... Und dann... Unten. Und so. Entschuldige. Ich dachte, du hättest es schon wieder gefällt, aber das ist ja nicht geil. Ähm... So. Und wie komm ich jetzt da hoch? Das war jetzt nicht schlau, weil wir jetzt mal vielleicht da hoch machen, weil du hättest zuerst springen müssen. Okay, egal. Ich komme wieder runter. Jedenfalls wissen wir das Prinzip jetzt schon. Und wie muss ich das jetzt machen? Du musst mir den Strahl unten hin machen. Hab ich. Schon. Gut mitgedacht. Echt mal, ja. Autsch. Jetzt mach ich ihn gleich diesmal auf die richtige Seite, also dahin. Ja. Und jetzt komm mit. Wie? Achso. Autsch. 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 Mach ich ihn gleich diesmal auf die richtige Seite, also dahin. Autsch. 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 Achso. Autsch. Achso. 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 kattel jetzt muss es hin und her hallo 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 also trotzdem hofft hat mir mal wegzunehmen spaß die warte was machst du denn achso oben gibt es auch noch eins erstmal uns schützen war ich wollte eigentlich gerade irgendwo andocken aber ich weiß gar nicht mehr wo da hätte die fast da du musst da jetzt hier gemusst ich weiß geh doch du mal hier ja ja ich mach das jetzt alter wie schnell ich gerade war man jetzt hat man sich hier voll was abgekriegt ich gar nicht eigentlich traurig ich glaube es wird mit der aufnahme kürze zeit ich habe einen ball gefunden so gut ja das level ist ja gleich aus überhaupt nicht mehr zu besprechen was ja mit deiner aktion ja ja mit meiner aktion ich habe ich schwöre ich habe mit niemandem gechattet bringt uns mal da hoch macht ganz hinten am portal dass ich mein portal noch daneben setzen kann ist wichtig weil sonst werden wir da oben gegrillt und dann hier einzeln hä ich habe doch schon zwei achso ok dann warte welches ist mein so ich muss jetzt das rote setzen nein ich geh drauf nicht mal ok warte ich komme rotes ja was muss ich denn machen jetzt du musst da wir müssen da beide hoch achso und du musst dein zweiter setzen einfach da hin eins darüber so jetzt kommt durch ich bin runtergefallen und ich weiß nicht wie ich war auf einmal einfach tot bist du hier ja sehr gut oh was hat er denn der kleine zieht doch nicht so unnötig in die länge gerade geile animation hier geil bei mama was muss ich machen oh warte go 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 gadget wieder hin oh brauche ich hier einen ball oder was ne ne ich weiß es nicht ich habe die gerade einfach reingeschickt ähm ich brauche ich brauche hier glaube ich ne kannst du ihn irgendwie weiter geben lol warum ist jetzt weg ah du kannst da doch ein portal hin machen ne ich bin doch jetzt achso doch und das kannst du jetzt hier drüben hin ah hast du passt drück auf den knopf da kommen jetzt drei so geile dinge drauf falsch der hat mich rausgeschleidert der böse ball da 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 ist falsch hau ist wieder da testen wir weiter okay Okay Warte, ich schick dir mal, da kommt mit der, ist da ein Viereck dabei Jetzt Das ist doch der falsche Du brauchst ein Viereck Ja, die, die gehen ja automatisch in die doofe Hand Ah, hey, ist... Du hast es geschafft Ja, ey So, was fehlt jetzt? Das Portal hier oben von dir Let's go Ich hab sogar das richtige gesetzt Oh, Alter Nein Ja Nein Oh Mann Ich hab's geschafft Heißt, dass wir ein bisschen das neu machen, oder was? Nein Doch Doch Nein, ich hab's durchgeschafft Achso Jetzt musst du rennen Warte, ich lenke ihn ab Warte Ah, Alter Alter Alter, krass Das Spiel ist alles so brutal hier Ja, hab ich heute auch gerade gesagt Das war tot Ja, echt mal Peter ist das Wie das immer geht, Zuru, machen meine Augen zu Das hat mir meine Oma früher mal vorgesungen Das hat mir meine Oma früher mal vorgesungen Ähm, dass... Ähm, dass Aperture Silence Ähm, die Pläne von der Portal Gun gestohlen hat Aus Half-Life von diesem... Ähm, von Black Mesa Und... Oh, okay Kann man da gar nicht durch Warte Kommen Sie bitte Geben Sie ihm mir einfach rüber Wo ist der Ball hin? Wo ist der Ball hin? Du hast ihn Wo ist der Ball hin? Ich geh mit dir weg Ich geh mit dir weg Was ist der Ball hin? Boah, ist doch geil hier Diese Außen-Level mag ich sowieso voll gern Ist auch nicht Ich fang den jetzt Warte, ich mach Ich glaub den krieg ich nicht Was heißt hier on? Jetzt hab ich hier irgendwas gedrückt Da fährt was hoch, oder? Das macht aber schon die ganze Zeit Achso, jetzt ist das konstant an Mach doch meine Portale nicht weg Ja, aber du musst da doch jetzt durch Exakt Da musst du durch Wo denn? Da Und Dann Boah, zwei Profis, ey Warte, 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 warte Was hast du gemacht? Jetzt geh Ist ja bloß die einzige Form hier Oder da Oder Oh, zahlen Oder, 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 oder Der Ball ist gerade an dir vorbeigeflogen Bimbo Ist er das? Wie ist er denn? Fliegst du die ganze Zeit schon hier vorbei? Da hinten ist er Und dann Dein Portal, komm da raus Pfff Krieg ich halt nicht Ja und Jetzt krieg ich ihn Kriegst du ihn? Ich weiß es nicht Nö, kriege ich nicht Okay Was ist drum? Nee Achso Nee Och, probier das mal Mach du mal wo mein hellblaues ist Nee Ja, aber wie soll er denn auch mal? Hä? Du hast Nee, du hast nicht noch eins frei Okay Ja, wie komm ich hinterher da die Scheiße hier? Ach warte, ich weiß es glaube ich Ah Ja, aber jetzt sollte ich irgendwie hier Da brauchen wir jetzt noch ein Gegenstück Nein, ich kann da Ich kann den kriegen Glaube ich Oh fuck, jetzt war ich zu langsam glaube ich Ja genau, und nicht nur sie da auffangen, oder? Nee, ich fang den Nee, du musst glaube ich einfach gar nichts machen Ich kann ihn hier auffangen Stimmt, der roll drüber Und was hat das dann von mir gebracht? Ja, deine beiden Portale, dass der durchfliegt Achso, okay Happy Do verwehrts Happy Du likest mal verwehrt hier Weil ich kenn energet Küche Ja Stell mal vor, ich müsste das alles neu lösen Das wäre für mich, äh die Hölle Eins, zwei Bridge Bridge wie riesig dass er ja auch ist ich finde das größenverhältnis haben sie hier auch richtig geil gemacht muss sagen also dass man sich als richtig klein fühlt irgendwie portal 1 muss auf portal 1 2 auf 2 ja ja heute funktioniert jetzt wie warte so portal 1 muss auf 1 wir müssen da hoch so so und so und jetzt komm ach so ja mama was stimm jetzt tricky hey wo gehst du hin hier du musst dahin und ich muss hierhin so okay bist du bereit alter habe ich den auf damit wird sich alles in die länge ziehen ja so das ist ich das ist mein job wichser ich sitze hier einfach nein download secret account hättest du es eigentlich früher schon kaputt machen können eigentlich nein mach hoch sonst hätten wir diese wichtigen informationen nicht erwischt so ich glaube das war es jetzt auch mal schauen mit diesen zwei folgen voll gesprächigen themen was gesprächigen folgen ja nächstes mal wird wieder gesprächiger ich hab's einfach versaut mit meinem kurzen strölle das hat pirmchen irritiert und ja ja ich werde dann nochmal gleich neidisch weil ich denke mal ja bedrückt mich mit anderen leuten obwohl ich ihm geschrieben habe auf skype aber er hat es nicht bemerkt ähm das hat mir überhaupt nicht geschrieben weil ich nicht auf enter gedrückt habe aber egal ach gott ähm okay also bis zum nächsten mal vom portal 2 in folge 5 dann eigentlich ja schon ne ja tschüss tschüss